Hey, willkommen zur 32. Folge von Worms 2 Armageddon. Wir sind immer noch bei den Rätselmissionen und heute mit Rätselmission Nummer 11. Das ist ein zäher Wurm und er ist auch noch bewaffnet. Um ihn zu erledigen, benötigst du mehr, als du in deinem Waffenlager hast. Bitte kommen, Korscher Vogel! Okay, mehr als ich in meinem Waffenlager habe, ja. Ähm, ich kann mich nicht bewegen, wunderbar. Wie gesagt, ich schmeiß mal die Bunkerbombe auf den. Komm in die Dähe! Au! Super! Oh, Mann. Erledigt! Feigling! Interestang! Ah, vielleicht hätte ich mich auch... Verdammt, ich hätte mich zuerst teleportieren müssen. Moment. Ich versuche es erstmal so. Aber das wird keine 98 abziehen, verdammt. Okay, das war klar. Das war klar. Das war klar. Let's meet our contestants! Ich denke, der Wurm ist bewaffnet. Okay, dann Neustart. Verstanden! Da ist bestimmt irgendwas drin, womit ich den, äh, wegkatapultieren kann. Weil sonst würde ich mich ja die ganze Zeit selbst treffen. Ich kann meinen Wurm ja gar nicht bewegen. Einmal Stoß. Ha! Was ist das denn? Stoß! Warum kann ich dich nicht töten? Feigling! Mit dem Stoß werde ich den Wurm jetzt fertig machen, weißt du? Interessant! Wow! Warum kann ich dich nicht töten? Feigling! Interessant! Ich überlege gerade. Da unten ist ein Minen drin. Toll. Trinkt mir nicht viel. Ist hier vielleicht noch irgendwas versteckt? Ich meine, ich kann den Wurm hier, äh, gar nicht hier runter, irgendwie. Und so. Ach, Mann! Wozu sind die Minen hier da? Ist jetzt bestimmt doof, oder? Und wie doof. Okay, das war doof. Äh, ja, so geht das nicht. Ich habe schon wieder keine Ahnung. Verstanden! Ich verstehe gar nichts. Komm in die Gänge! Wie kann ich dich nicht töten? Wie kann ich dich nicht töten? Feigling! Da da! Das war Riddling Genius! Ah! Verstanden! Wie kann ich das? Tudut Ich versuch's jetzt mal mit Selbstmord... ich weiss nicht... Irgendwie... Mit Selbstmord... vielleicht... Wieder mal mich selbst opfern. Es wird auch nicht funktionieren. Sonst würde ich keine 55 abziehen. Schade. Schade. Ich habe schon wieder keine Ahnung. Verstanden. Doch, ich habe eine Ahnung. Ha. Bunkerbombe. Deggol. Warum komme ich erst jetzt drauf? Interessant. Aber jetzt muss ich den hier irgendwie perfekt treffen. Deswegen ist auch der Teleporter da. Cool. Komm in, Deggol. Ich muss mich jetzt nur noch irgendwie so treffen, dass der wieder dahin katapultiert wird. Warum kann ich dich nicht töten? Krieg! Ich weiß, es war sowas von klar. Aber... Naja. Nein. Jetzt, wo ich weiß, wie es geht, ne? Verstanden. Er wird so lange nichts machen, wie ich meine Waffen noch habe. Ja, ich weiß, ich weiß, ich bin ein Feigling. Starke. Ja. 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 Nein. Nein. Doch. Hat es doch geschafft. Ich dachte schon, es hat eine 75 abgezogen. aber der hat noch nicht alle abgekriegt da war noch zwei min aber geschafft gut wieder raus katapultiert wird was odinophobie was ist das jetzt noch mal gewesen 11 mission 11 haben wir geschafft ok dann sehen wir uns in der nächsten folge mit der rätsel mission nummer 12 ich hoffe wir sehen uns dann wieder bis denne wir sehen uns dann wieder bis zum nächsten mal